Amstag Mittag, 27. September, 8. Spieltag in der 3. Liga. Die Spielvereinigung gegen der Heftens-Gebirge-Aue. Das ist die beste Wahlmannschaft gegen den Absteiger aus der 2. Liga, den vorletzten der Tabelle. Und das ist unsere Ausstellung. Im Turm mit der Nummer 1, Darius. Mit der 2, Torsten. Mit der 6, unser Käpt'n Roman. Mit der 7, Sumiras. Mit der 8, Roberts. Die 10, Ricardo. Mit der 14, Anton. Mit der 17, Timo. Die 18, ist Stefan. Die 25, Oliver. Und mit der 27, Florian. Auf der Seite.